Oh, Hermes Wolfs, Hermes Wolfs, Hermes Wolfs, Hermes Wolfs, Hermes Wolfs! So, vielleicht kann man ein paar Worten im Spiel sagen? Ich glaube, dass wir gut gespielt haben. Wir müssen mehr Gäste scoren, aber außer dem dann, wir haben die 3 Punkte gut gemacht, also gut. Jeder hat eine Aufgabe in unserem Team, was ist dein Aufgabe? Ich denke, um energie und Geschwindigkeit zu dem Team zu bringen, um hart zu kämpfen und zu helfen, offensiv und defensiv. Was hast du im Sommer gemacht? Was habe ich gemacht? Ich hatte ein Baby, also viel Zeit mit dem Baby. Herzlichen Glückwunsch! Wann hast du angefangen, Hockey? Und warum hast du Hockey als dein Lieblingsspot? Ich habe es angefangen, als ich 5 oder 6 Jahre alt war. Ich habe es gewählt, weil mein Freund es versucht hat. Dann habe ich es versucht und ich mag es. Hast du einen speziellen Idol in einem Hockey-Sport? Nicht einen Idol, aber ich mag wirklich Erik Karlsson. Er ist jünger als ich. Ich weiß, dass das nicht ein Idol ist, aber das ist es. Was war dein größtes Moment als Hockey-Spot? Ich weiß nicht, ich habe viele, aber wahrscheinlich einige in der Schule und so. Es gibt viele Erinnerungen, die ich wirklich nicht wähle. Danke und gute Glückwunsch für den Zukunft. Danke, du bist willkommen. Jetzt habe ich Thomas Stuba neben mir. Erstens, gratuliere zu deinem 3. Kind. Danke sehr. Wie war das mit den 3. Kindern hier? Es ist sehr schwierig. Es ist lustig, aber es ist viel Arbeit. Wie war das mit dem Spiel? Es war ein schweres Spiel. Wir mussten es gewinnen. Wir mussten es gewinnen. Wir waren wirklich gut. Wir haben uns heute wirklich gut. Wir haben endlich gewonnen. Wir haben endlich gewonnen. Wir haben drei Punkte nach einer tollen Leistung. Es war sehr gut. Wir haben alle in der Team. Was ist dein Ziel? Ich bin der Woll. Ich muss den Backen schlafen. Was macht ihr in der Sommer-Briecke? Wir haben uns die Kinder erwartet. Und wenn ich nicht praktisch habe, habe ich meine Freundin mit dem Beleid und dann bin ich mit dem Beleid. Also bin ich immer mit dem Beleid. Wann hast du angefangen mit Hockey? Und warum hast du Hockey als dein Lieblingsspot? Ich habe angefangen als 7 Jahre alt und wollte ich mit Motorracing machen. Aber ich habe angefangen mit 15 Jahren, also habe ich etwas zu machen. Ich habe den Hockey gekauft und habe mit dem Motörracing geschlossen. Hast du einen speziellen Idol in der Hockey-Sport? Ich hatte ein paar Czech-Gehler, Dominik Haschek und ein paar Kanadien-Gehler. Das waren meine Idol. Ich versuche, als Kind zu sein. Was war dein größter Moment als Hockey-Spieler? Winning ist immer gut. Winning war sehr schön. Wir wollen die Welt-Sportler, Juniors und die Czech-League-Titel. Das sind immer schön, wenn du die letzte Spiel der Saison gewinnen. Vielen Dank und gute Glück für die Zukunft. Vielen Dank.